Servus, willkommen hier auf der Ackendorf Map und ja, ich habe ein bisschen Stroh gesammelt, der erste Sammelwagen wieder voll. Habe ja Feld 10, Feld 11 noch ein bisschen was liegen gehabt. So, schau mal kurz, frei, können wir fahren. Und das fahre ich eben jetzt noch zur Kompostierungsanlage dazu. Ja, genau, da fällt mir ein, das wollte ich auf jeden Fall auch noch ändern. Und zwar verbraucht mir Kirsch und Pflaumen, verbraucht mir ein bisschen zu viel Kompost. Ich muss sagen, klar wirft man da ein bisschen vielleicht auf den Boden drauf, um ein bisschen Nährstoffanreicherung zu betreiben, wie eine Art Dünger eben. Aber man wird ja hier nicht komplett immer alles umgraben. Und deswegen finde ich da den Verbrauch auch ein bisschen hoch. Aber das ist eben ja nur ein Faktor, die Zahlen ein bisschen umgeändert. Also das sind keine großen Änderungen. Nichtsdestotrotz ist das was, bei dem ich wohl demnächst dann auch noch mal Hand anlegen werde. Aber ich habe ja, ja, bin ja am überlegen, ob ich generell ein bisschen da umändere. So, was macht denn der Drescher? 70% ist also auch bald schon wieder soweit. Und ja, ich brauche unbedingt, ich brauche unbedingt Holzhackschnetzel. Ich glaube, es wird dann doch auch so langsam mal Zeit. Aber ja, man sieht ja schon, 13 Uhr ist auch schon wieder. Also bis ich mit der Feldarbeit fertig bin, wird es dunkel. Da wird also wohl über Nacht die Anlage eher leer laufen, weil ich da gar nicht mehr groß dazu komme, noch Holzhackschnetzel herzustellen. Denn im Dunklen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt so arbeiten. Der Bauer soll ja auch irgendwann mal Feierabend haben. Aber am nächsten Spieltag wird dann eben, ja, Holz fällig werden und zwar in rauen Massen. Und da ist natürlich dann die Überlegung, ob man sich nicht vielleicht dann mal das Biest zulegt und eben, ja, in den Wald, in den Forst fährt und dort direkt abholzt. Andererseits, ja, müsste ich auch mal schauen, meine angepflanzten Bäumchen, wann die denn so weit sind. Ah, ich gehe hier in die Außenansicht. Da sehe ich einfach besser, wo ich hinfahre. So. Gerade da hoch. So. So, passt das. Abkippen. Können wir wieder nach vorne gucken. Auch wieder in die Innenansicht reingehen. So. Und dann schauen wir mal noch. Da haben wir das. Ja. 31.000 Liter Kompost haben wir auch schon wieder. Also da kann man dann auch bald wieder verteilen. Und wir kommen auf jeden Fall, ja, über die Hälfte der Anlage haben wir hier im Beschlag schon. Wir schauen mal. Ah, war schon wieder zu weit. Jetzt blätter ich hier einfach mal durch. Wir schauen mal. Kirschfarm, Pflaumenfarm. Okay. Also bei den Kirschen haben wir noch Kompost drin. Bei Pflaumen auch. Beide haben keine Kartonpaletten mehr und Leerpaletten ist bei den Kirschen schon alle bei den Pflaumen bald. Also da werden wir als nächstes dann auffüllen müssen. Ach ja, noch eine Änderung habe ich mir vorgenommen. Ich habe jetzt, wo ich eben die Mastanlagen oder das Tor zumindest kurz gesehen habe. Ich habe mir bei den Masthühnern jetzt eben Silage noch mit eingetragen. Das heißt, ich kann jetzt dort Silofutter auffüllen. Und wir fahren mal gerade hier rechts ran. Damit wir den Verkehr hier nicht behindern. Denn wir müssten mal in den JCB springen und müssten hier mal wieder abtanken. 95, 96 Prozent. Da vorne kommt er an. So, zoomen wir auch mal ein bisschen zurück hier. Sehen wir mehr vom Anhänger. Lassen den kurz wenden. Weit würde er ja eh nicht mehr kommen. So. Wir können auch von der Seite ranfahren, denn beim Überladen stoppt er ja eh. Haben wir ja so eingestellt, dass eben Überladen nur im Stand. Und eigentlich könnten wir natürlich... Biodiesel ist ja nicht die schnellste Produktion. Eigentlich könnten wir ja das schon mal einfüllen. Dann kann das schon mal anfangen, wieder den nächsten Diesel zu produzieren. So. Ein bisschen hinten. Damit überall Raps im Hänger liegt. So. Äh, nee. Halt. Ist ja auch hier dabei. Gehen wir mal weiter. Da haben wir es. Diesel Production. Die Dieselproduktion. 200.000 Liter Raps würden reinpassen. Ja, echt Wahnsinn. So viel brauchen wir gar nicht. Oder so viel... Ja, brauchen... So viel haben wir gar nicht. Das ist das richtige Wort. So viel haben wir gar nicht. Ach so. Äh, wir haben ja gar nicht in die Bestände reingeschaut. Ich hatte ja zwischendrin Offscreen, äh, weiter geerntet. Und so sieht's also jetzt aus. Äh, 27.000 Liter Weizen. Gerste hatten wir ja schon, äh, gesehen vor zwei Folgen. 91.000, also da können wir dann, wenn der Streik beendet ist, zwei, äh, von unseren Hängerchen hier voll wegfahren. Und Raps, ja, mit 18.000, fast 19.000. Das lohnt sich noch nicht wirklich. Also, auch beim Weizen bin ich am überlegen. Vielleicht eher, dass ich den dann verwende, um hier Gewächshaussamen oder sowas aufzufüllen. Oh, da war ich schon zu weit. Da war doch eben kurz das Abkipp-Symbol. Da. Waren wir schon zu weit gefahren. So. Dann kann der hier nämlich anfangen zu produzieren. So, mit dem großen Hänger schön weit ausholen, dass der Hänger nicht in der Mitte irgendwo hängen bleibt. So, und dann können wir wieder aufs Gas treten. Wunderbar. Und ab zum Feld. Und dann geht, äh, ui, 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 ui. Also, mit dem großen Hänger, da sollte man wirklich nicht schnell fahren. Ich glaube, ich gehe hier mal hin. Stell hier mal den Tempomat. Sagen wir mal 45. Fangen wir mal an. Und, ähm, dann machen wir uns hier Drive Control, die neue Funktion. Und jetzt können wir eben gar nicht schneller als 45 fahren, weil dann der Tempomat, der clevere Tempomat uns quasi das Gaspedal dann sperrt. Also hier schneller wärmer gar nicht. Nutzen wir das, wenn wir den Hänger dran haben, einfach mal. Vielleicht funktioniert das dann besser. So, ich mach hier noch eine kleine Runde, dass ich den Drescher sehen kann. So. Ach, der ist ja dann auch bald fertig. So, Motor aus, dann geht's hier weiter. Schauen wir mal, im Spiegel sieht man nix. Fahren wir einfach mal raus, wird schon passen. Ja, ist blöd, wenn man Spiegel hat, aber nichts drin erkennen kann, weil man dann doch nur Anhänger sieht. Weil sie vielleicht doch ein bisschen weiter hätten nach außen gestellt werden müssen. So, wir machen langsam, denn nach der neuen Beschilderung ist es ja ein Kreisverkehr. Und dann haben natürlich die im Kreisverkehr befindlichen Fahrzeuge Vorfahrt. Und die nehmen wir denen auch nicht weg. Auch wenn sie uns jetzt hier lahmarschig vor der Bude hängen. So, aber hier... Ah, nee, jetzt biegt der auch noch ab. Komm, Junge, hier sind 50 erlaubt. Dann fahr die doch auch. Ah, nochmal, 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 immer diese Schleicher hier. Immer diese Schleicher. Auch da sieht man nichts im Spiegel. Ist man schon vorbei oder nicht? Naja, doch. Gut abgeschätzt. Hat noch hingehauen. Und dann geht es mit dem Stroh sammeln weiter. Damit wir eben da auf die günstigste Art und Weise, wie es nur irgendwie geht, an Kompost kommen. Also Stroh und natürlich Gras. Das ist also die einfachste Art und Weise, wie wir uns Kompost herstellen können. Und wenn wir dann mal die ersten Gewächshäuser am Laufen haben, da soll ja auch Kompost dann rauskommen. Zumindest laut der Beschilderung, die bei den Gewächshäusern vorherrscht, kommt da Kompost raus. Ich kenne die Gewächshäuser nur so, dass dort kein Kompost, sondern... Ja, Scharf, also Häckselgut rauskommt. Dass man dann eben zu Silage hätte bearbeiten können und so. Also das wurde hier wohl umgeändert. Genaues weiß ich auch erst, wenn ich dann das Ganze mal bedient habe. Beziehungsweise gut, ich hätte es mir natürlich auch im Giants Editor mal anschauen können. Aber nie dran gedacht, wenn ich den offen hatte. So, hier haben wir noch eine Bahn. Dann haben wir hier Feld 10 schon erledigt. Feld 11 ist ja eh so klein, da ist gar nicht mehr so viel Stroh. Also, ja, den Ladewagen hier, den werden wir gar nicht mehr ganz voll bekommen. Aber egal. Und die ersten 146 Liter Diesel haben wir auch schon wieder. Sehr schön, sehr schön. Da können wir dann natürlich überlegen. Ich schätze mal, die werde ich dann auch bei den Gewächshäusern abkippen. Da muss ja auch jede Menge Diesel rein. Oder da kann jede Menge Diesel rein. Aber der Drescher ist fertig. So, die Bahn haben wir noch fertig gefahren. Gehen wir mal hier rüber. Das geht, glaube ich, am schnellsten. So. Ah, dann, wenn wir gerade schon hier dabei sind, dann kippen wir hier noch ab. Und dann geht's rüber auf Feld 21. Da haben wir auch extra noch Raps stehen für Biodiesel. So, kippen wir hier ein bisschen in die Mitte. Lalalalalala. Und rückwärts weg. Nüüt, 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 nüüt. So, wunderbar. Ja, also, ja, keine schlechte Idee, hier das Feld noch für Raps zu nutzen. Relativ schnell hier abgeerntet. Wir haben es nahe zum Biodiesel. Deswegen hat sich das ja angeboten. Denke ich, werde ich die nächsten Spieltage so weiter handhaben, sodass wir da eben uns wirklich weiterhin günstig Biodiesel herstellen können. Denn, äh, ja, im Prinzip kostet es uns nur das an Diesel, was wir eben für die Fahrzeuge verbrauchen, sowie eben Saatgut und, ähm, und Dünger. Andererseits muss man natürlich sagen, ist es natürlich eigentlich wiederum nicht so ideal, denn wenn wir den Raps verkaufen würden, würden wir mehr Geld machen. Aber, ja, dadurch, dass wir die Felder jetzt hier eben extra dafür uns zurechtgelegt haben, denke ich mal, ist das in Ordnung. So. Dann gehen wir hierhin zurück. Ja, ist ein bisschen eng hier. Vielleicht hätte ich hier sogar zwei, äh, Vorgehwende Bahnen machen sollen. Seht ihr, ich bin hier einmal drumherum gefahren, mit, äh, ja, Strohablage deaktiviert, hab das Stroh also häckseln lassen. Und, äh, dann hab ich eben hier schon die Ablage eingeschaltet, bin meine Bahnen gefahren. Aber hier hinten doch recht nah natürlich damit, oder, ja, recht nah an den Feldrand, dass ich beim Sammeln hier schon eben über das Feld hinaus schießen muss. Nicht ganz so optimal, aber, ja, doch, passt eigentlich noch. So, hier weiter sammeln. Muss ja nicht immer Bahn für Bahn nebeneinander liegen, sondern wir müssen ja auch schauen, dass wir hier irgendwie mit dem Wendemanöver hinkommen. So, dann, oh, da haben wir ein bisschen was liegen lassen. Naja, macht nix. Die Folge ist ja bald rum, dann hab ich genügend Zeit für die Feinarbeit, die letzten Fitzelchen aufsammeln, das, was ihr ungerne seht. Wenn ich dann so richtig kleinlich werde. Aber, ja, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Man muss auch den Kleinkram wertschätzen. Wenn hier eben mal so ein paar Krümel liegen bleiben, dann nehmen wir die trotzdem mit hier. Das waren doch schon ein paar Literchen. Also, das hat sich doch wirklich auch gelohnt. Nichtsdestotrotz, 15 Minuten sind überschritten. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.